Wir sind nicht einfach nur ein Verein. Wir sind deutsche Sporttradition seit 1904. Es ist nicht nur die Geschichte einer Mannschaft. Es ist die Geschichte einer ganzen Stadt. Charakter auf dem Platz. Emotionen in der Kurve. Mit hohen Ansprüchen. Im Herzen rot-schwarz. Wir sind die Werksef. Die Macht am Rhein. Seit über 115 Jahren glauben wir fest an unsere Zukunft. Das hat uns schon immer stark gemacht. Wir sind Bayer 04. Mehr als nur ein Verein. Wir sind die andere Familie.